Und das wird ne ziemlich harte Mission noch. Hier habe ich noch zwei Helions. Mal gucken, was sie noch so ausrichten können. Ich vermute nicht viel. Sehr gut. Dann kann ich ja schon mal eigentlich anfangen zu landen. Sollte ich zumindest sicher können. So. Nein, kann ich noch nicht. Doch, kann ich. So, Marines bauen. Helions bauen. Und hier weiter minen, bitte. Oh Gott, wird das knapp. Aber wir können gar nicht mehr bauen, also so'n kleinen Drup. Dat finde ich gar nicht so witzig. Ich kann da auch nirgendwo anders dahin. So. Helion noch dazu. Ich werde da oben noch drillen. So. Wir können es noch schaffen. Ich bin noch zuversichtlich. Auch wenn's scheiße knapp wird. So. Wieder noch. Puh. Dat wird verdammt knapp. Ah, die soll ich vielleicht auch ausladen. Um Ressourcen sammeln zu lassen. Puh. Kosten meine Einheiten ja eigentlich irgendein Westpinker. Ah, schnell. Gut. Dann können wir die schon mal abbrechen hier wieder eigentlich. Ah, ja. So. Einfach mal hier drauf. Also vielleicht kriegen wir das noch down. Ansonsten einfach mal wieder alles abheben. Äh. Na gut. Und dann halt nicht. So. Die können noch ein bisschen sammeln. Aber nicht allzu lange. Haltet eure Augen offen. Da draußen wird noch ein ganzer Haufen von denen rumlogern. Kann ich eigentlich hier hin bauen? Ne, schade. So. So, so, so. Vier Minuten. Müssen wir jetzt rumkriegen. Das wird jetzt erstmal ein bisschen langweilig, schätze ich. Ja, so. Nicht so viel riskieren. Ich habe nämlich keine Lust drauf zu gehen. Aber ihr könnt es noch schaffen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Hoffe ich zumindest. Auch wenn wir nur mit vier Marines und einem Helion jedes Mal angreifen können. Drei Minuten noch. Problem ist, ich würde ja hier landen lassen. Aber da ist ja alles voll gedingst. Gekotzt. Ansonsten könnte ich vielleicht... Naja, ich mache erst das kaputt. Um hier die Ressourcen freizuschalten, falls es hier ein bisschen knapp wird. Vielleicht sollte ich den Helion auch gar nicht bauen erstmal. Weil... Und der ja zwei, ähm... Zwei Versorgungssupply braucht, um den zu bauen. Schade, dass ich hier nicht einfach in die Luft bauen kann. Aber gut. Mich würde ja mal interessieren, wo der Gegner jetzt rumläuft. Hm. Gibt es so... Gibt es so einen Cheat? Um die Karte aufzudecken? Ich meine, Vorteil dadurch hätten wir ja sowieso nicht mehr. Aber wir hätten mindestens was zu gucken. Naja. Ach, da unten stehen sie, warten darauf, dass meine Kommandozentrale zurückfliegt. Also die haben auf jeden Fall so eine Art Map-Hack. Wenn ich jetzt wahrscheinlich hinfliege, dann wissen die auch, wo ich bin. Ansonsten müssen wir erstmal diese Dinge hier ausschalten können. Müssen. Damit wir uns unbesorgt um die Gebäude kümmern können. Das wird halt nicht so einfach. Zumal die meine Helions... Ja, ich baue jetzt nur Marines die Runde. Nächsten Tag. Weil die dann doch ziemlich schnell meine Helions... Und 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden. Weil die meine Helions doch ziemlich schnell schrotten. Die halten nicht viel aus. Interessant wäre auch, ob meine Dingsbums hier, meine Upgrades noch da sind. So. Wir landen jetzt wieder. Endlich können wir da raus- und zurückschlagen. Ja, mir gefällt das auch. So, Ressourcennachschub. So, und du noch? Sehr schön. Dann haben wir ein paar Marines. Also sollten wir das Ding da kaputt kriegen. So, WBFs ausladen. Sammeln gehen. So, da kommen noch zwei dazu. Auf die warten wir noch. Ah, wobei. Kommt noch was? Wir haben ja nicht viel Zeit. Und die Scheiße regeneriert sich auch noch. Ah, kacke. So, die zurück. Jetzt spawnen da noch Viecher raus. Finde ich gar nicht so geil. Aber gut. Hoffentlich regenerieren sich die Gebäude dann nicht. Sonst habe ich ein echtes Problem. So. Schön nachbauen. Und dann kümmern wir uns erstmal um diesen anderen Fleischpenis da oben. So, einmal hier drauf bitte. Du zurück. Du zurück. Ja, gut. So, du zurück. Sehr schön. Sehr schön. Einfach mal weglaufen. Bis die platzen. So, sehr schön. Sehr schön. Wir haben allerdings jetzt nicht mehr viel Zeit. Die heben wir schon mal ab. Die heben wir schon mal ab. Das heben wir ab. Und das auch. So, und dann stimmen wir noch. So, und weg hier. Gut. Wir kommen unserem Ziel näher. Naja, die Marines waren jetzt einmal. Schade, dass ich die nicht in die Gebäude laden kann. Hier haben wir noch kurz Zeit, ein bisschen Mineralien zu sammeln. Es reicht ja zumindest immer, um unsere Offensive hier zu finanzieren. Wir haben, kriegen nämlich immer wieder um die 1000, äh, 2000 Kristalle Mineralien. Joa. Ich habe jetzt auch hier mal StarCraft im Multiplayer mal wieder angefangen zu spielen. Allerdings eher weniger erfolgreich, muss ich dazu sagen. Ich bin im Moment, ähm, auf Silberliga mit den Terranern, glaube ich. Falls mal jemand Lust hat, gegen mich zu spielen, kann er sich gerne melden. Ich bin für alles offen. Nur, wie gesagt, halt Silberliga. Also, erwartet nicht allzu viel von mir. So, da unten brauche ich gar nicht hinfliegen. Das greift mir unsere Gebäude an. Das ist ja uncool. Joa. Der Tag könnte schon ein bisschen länger gehen, finde ich. Bin ich so der Meinung. Hm. Wenn wir das dann geräumt haben, beziehungsweise müssen wir, ja, ne, die Versäuchung ist ja noch da. Da können wir dann mit unserer Kommandozentrale nicht landen. Aber gut. Vielleicht doch wieder ein Helion mit dazu nehmen. Jetzt sind wir die Tentakel weg. Das können wir schon machen. Noch ein Helion. Haben wir zu wenige Marines, aber das stört uns ja nicht. So. Wieso wachsen denen eigentlich Tentakel? Ah ja. Gas können wir ja sowieso kann es mehr benutzen. Alle unsere Einheiten, die wir basteln können, sind gaslos. Das heißt, wir müssen uns auch nicht drum kümmern, hier noch irgendwelche Ressourcen rauszuziehen. was wir wahrscheinlich sowieso nicht könnten, weil dann unsere Kommandozentrale drauf geht. Kann ich eigentlich, ich kann die ausladen. Das heißt, ich könnte hier eigentlich mal ein Versorgungsdepot da oben hinbauen, wenn das denn geht. Ich gucke am nächsten Tag einfach mal. Ich kann ja die Gebäudeblaupause da oben drauf tun. Vielleicht kann ich auch hier was hinbauen. Naja, das schaut nicht so aus. In 30 Sekunden. So. Bei 10 Sekunden starten wir wieder los mit unseren Kaseanen. Da steht auch nur ein einzelner. Ah, dann hätte ich vielleicht jetzt nicht anlocken mitbrauchen. So. Und los geht's. Und du auch. So. Naja, er hält sich mehr so in Grenzen, ne? So. Ein Trupp Marines. Ein Helion. Ah, das war jetzt unklug. Aber okay. Können wir jetzt da oben ein Sublie... Wir können da oben ein Subliebio hinbauen. Das gefällt mir sehr gut. Die Frage ist... Das machen wir gleich. Ich hoffe, das reicht von der Zeit, da irgendwie hinzukommen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. So. Ja, wobei, es wird scheiße knapp. Notfalls müssen wir irgendwo zwischenlanden. So, machen wir erstmal das Ding auch. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob das hinhaut. Wir können hier hinfliegen. Und dann da runter oder so. Das Problem ist, dann sind wir halt wieder arschweit weg von unserem anderen Zeug. Allerdings kriegen wir immer mal wieder was kaputt. Das finde ich eigentlich ganz nice. So. Ihr macht mal die Scheiße hier kaputt. Ich warte. So. Kann ich jetzt einen einzelnen Marine hier, äh... Da dürfte ihr eigentlich hinhauen. So, mit denen muss ich jetzt erstmal wieder hier weg. Die dürfen auch abheben. Sehr schön. Machen wir hier noch ein bisschen Zeug kaputt. Vielleicht verschwindet ja dann der Tumor. Wäre zumindest ganz nice. So, und es wird scheiße knapp hier. Ich hoffe einfach mal, die können da oben stehen bleiben. Jetzt sind halt meine WBFs da oben, ne? Drauf. Und das heißt, wir kriegen die nächste Runde weniger Einkommen. Aber wir haben ja zum Glück noch 1600 Aufvorrat. So, bitte hier oben hin. möglichst schnell in Sicherheit. Hm, hm, hm. Wenn der Tumor hier weg wäre, das wäre natürlich auch geil. Dann können wir nämlich hier schon mal unsere Gebäude landen. Das heißt, die sind einfach schneller da, als wenn ich die da oben hinstelle. Kann ich da vielleicht noch eben was draufbauen? Äh, nö. Söldner Quartier, äh, hätte auch nicht drauf gepasst. Wäre auch ganz witzig gewesen. Na gut, dann halt nicht. Gibt's hier noch sonst noch irgendwo eine Position, die wir irgendwie ausnutzen könnten? Schaut er weniger so aus? Da auch nirgendwo. Nee. Schade eigentlich. Da oben auch nicht. Nö. Hier auch nicht. Ah, da hätten wir fast was draufbauen können. Fast, fast, fast. So, da könnte man noch was draufbauen. Wäre eigentlich ziemlich witzig. Aus Prinzip einfach. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Rein gar nichts. Da kommen die ersten Einheiten an. Die können zum Glück nicht hochschießen, weil die keine Sicht da oben drauf haben von da unten. Das heißt, unsere WBFs sind zumindest da oben auch schon mal sicher. Die Frage ist, wie ich die da runterkriege. Wahrscheinlich gar nicht. Hm, 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 hm. Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Ah, wir können jetzt mehr Truppen ausbilden. Das heißt, wir können hier schneller Hände in Schicht im Schacht machen quasi. Lass nicht. Das Problem ist, irgendwann muss ich auch dran denken, die WBFs hier wieder runterzuholen. Kann ich die vielleicht so hinstellen, dass die abgeschossen werden? Nö, nichts zu machen. Sonst hätte ich die nämlich dann einfach hier neu gebaut. Das ist weniger stressig, als die da oben wieder runterzukriegen. Das Problem ist, wenn ich die sich gegenseitig umbringen lasse, dann habe ich ja immer noch einen übrig. 30 Sekunden, das ist gut. Da fliegen wir hier schon mal wieder da hoch. In Position. So. Bin ich auch voll dafür. So. Und Marines bauen alle. Und ein Helion wieder. So, sehr schön. Ja, die lasse ich da oben jetzt erstmal meinen. gehen. Naja, ich baue keine zusätzlichen WBS. Wobei, eigentlich könnte ich es schon machen. Eigentlich könnte ich das schon machen. machen wir in die Hölle Eis. So. Das läuft doch. Ah, nicht sterben, bitte. Das sind alles wertvolle Ressourcen, die wir brauchen. So. Gut, nachdem. Na, den zweiten Helion breche ich einfach mal ab. Da ist noch ein Kriechertumor, den ich da weg haben will. Ansonsten heben wir die einfach mal wieder ab. Das heben wir auch wieder ab. So, sehr schön. Das Ding da oben ist schon weg. Gut. Ihr habt es fast geschafft. Es sind nur noch eine Handvoll für solche Biosignaturen übrig. Ich markiere ihren Standort auf der Karte. So, das kriegen wir jetzt auch noch weg. Und mehr als das ist es nicht mehr. Und das ist sehr schön. So. Wunderbar, wunderbar. Dann versuchen wir noch das da oben wegzukriegen. Vielleicht wird es ja noch was. Könnte knapp werden. Aber das ist dann das Letzte, was hier noch ist. Das Problem ist halt, das ist halt wieder ordentlich weg, ne? Haltet eure Augen offen. Da draußen wird noch ein ganzer Haufen von denen rumlungern. Kaum noch, Herr Bausen. Ja, machen wir das da noch weg. Lauf, Lauf, Lauf! Mal spawnen da drauf, oder was? Lauf, Lauf, Lauf! Ja, mit der Ruhe! Ja, kann man ein bisschen Schaden verursachen. Lauf, Lauf, Lauf! Lauf, Lauf! Lauf, Lauf! Lauf, Lauf! Lauf, Lauf, Lauf! Und in Sicherheit geflogen. So, da kommen die einen schon an. Ganz kaum noch erwarten! Mal gucken, wie wir da runterkommen. Lauf, Lauf, Lauf! Äh, das ist gar nicht gut. Durchgeladen und entsichert! Ich stelle dich einfach mal hier hin, vielleicht hilft es ja was. Warte! Kommt noch was? Ansonsten würde ich mal mit meinen Kasernen hier unten langfliegen. In der Hoffnung, wir gehen nicht drauf. Wenn nicht, müssen wir neue bauen. Haben wir zum Glück noch WBFs. Aber die Supply-Depots haben sich schon gelohnt, finde ich. Oh, die kommen da durch. So, ihr hier hin. Und dann sind wir einfach schneller da, wobei, wir müssen auch außenrum. Eigentlich wäre es hier vielleicht doch kürzer gewesen. Aber wir können ja hier lang noch. Das heißt, wir stellen die einfach mal hier ab und dann können wir direkt hier rüber. So, einmal hier hin. Du kommst auch mit hier hin. Ja, das dürfte der kürzeste Weg hier sein. Das ist sehr schön. So, stehen da schon wieder die Gegner rum? Na, da stehen sie doch. So. So. Das könnte mit einem Mal noch hinhauen. Das könnte funktionieren. Wir könnten aber auch krass versagen. Da kommen die schon wieder an. Ja, gut. Die haben sie jetzt gefunden. Vielleicht kann ich den Helion noch retten. Nein, 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 nein. Ah, kacke. Was müssen die auch schießende Einheiten haben?